Scheiße, daran habe ich jetzt nicht gedacht. Das habe ich jetzt gar nicht recht. Der hin- und herfließende Lava. Hallo Leute und herzlich willkommen zu Alice Madness Returns. Ich bin Riccardo und los geht's. Ja, wir joggen hier durch die Jägen. Eigentlich wollte ich nicht schießen, ich verwechsel das jetzt gerade mit COD, Länge, Maustaste, Zielen. Aber, ist halt... Kann ich schon hoch? Na, kann ich nicht. Dann nun auch nicht, also muss ich doch darüber. War schon richtig. Wir sind, glaube ich, auf der Jagd nach einem Mäuschen, wenn ich mich nicht ehre. Ruhig jetzt, nimm dich zusammen. Spring zur ersten Öffnung, dann zur nächsten und reite auf den Luftströmen nach oben. Okay, wie du meinst. Ähm, und dann? Erstmal da hoch, oder was? So, und dann da rüber. So, das hat schon mal gut geklappt. Von einer Öffnung zur anderen. Und dann geht's hier rüber, oder was? Ja. Das ist die doch... Oh, da ist eine Öffnung. Da gehe ich jetzt rüber schnell. Huh. Huh. Das ist ein Geheimnis verboten. Ne, falsche Tasten. Alice hat so viele Tasten, also ich immer irgendwelche falschen Tasten drücke. Goldene Zähne, yeah, ich bin reich. Oh, wie ist hier? Raus? Was ist das denn? Oh. Hey! Da stehst du jetzt ein Auge drauf. Oh, guck mal, ein Schweine. Ah! Wieder ein schönes Präsentkorb. Wahrscheinlich wieder sind ein paar Zähne drin, wie immer. So, ich glaube, von hier aus kann ich den jetzt ins Auge schieben, ne? Ah, das bringt nichts. Das ist nur eine Aussichtsplattform. So. Das heißt, ich muss jetzt... Ah, ja, okay. Ich hab's. Okay. Okay. Und... Ah, wunderbar. Wunderbar. Das ist wunderbar. Ja. Und von nächster Plattform zum nächsten. Das ist... Richtiges Timing ist hier gefragt. Und da haben wir schon ein paar Worte. Nein, damit... So, und jetzt heißt es wieder umgucken. Was war das? Ist da was Böses da drin? Ah, ja. Okay. Ach, spö, das ist gemein. Ähm... Mini Alice muss da durch? Okay. Und nun? Geht's wieder runter oder was? Ah ne. ich bin wieder oben eine plattform zu tief ich bin gestorben was für glück trotzdem muss ich die ganzen misst noch mal durchschlagen naja sagen jetzt da oder bist du hoch ist darüber ich glaube es gibt es so und dann geht es jetzt das ding haben wir getroffen und darüber zwischen darüber springen das geht das geht nicht ob das ding ist dafür gedacht einfach nur gut für die gerade einfach nur klopft 10.000 so herz infaktiert bei dem spiel so zähle einsammeln die brauchen wir ja jetzt machen wir hier ein bomb so explodiert ja nicht bevor ich nicht durch bin mit sich hat ist eine katze habe neu im leben alles ich hoffe du hast ähnlich viel ja doch wenn ich so durchgezählt habe müssten es auch ungefähr sein los geht's wir entschlüsseln ein rätsel nach dem anderen ist das nicht toll ich sehe nur nichts 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 das ist passiert wenn die maus aus versehen in eine andere richtung gelenkt wird obwohl ich das jetzt gerade nicht wollte so jetzt geht es zum anderen was läuft denn da oben das für neue figuren ist eine maus oder was ein arbeiter eine sklave ah ne das sind so topfdinger wieder dann sehen wir uns wieder alles könnte Ja komm Schlagzug! 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 Oh jetzt schlägst du zu wo ich rumstehe wie groß. Ich muss mich verarschen hier! So, du kriegst jetzt auch gleich an. Schieß auf ihn! Oh Gott! Drecksviecher! Gibt es hier irgendwo ein Zeichen oder so? Doch da! Alice Flasche da hoch! Also gibt es da oben eine Flasche für mich? Komm ich aber nicht hoch! Hm! Hmhmhmhm! Komm ich da her? Ne, komm ich da her! Fliege der Alice! Yay! Nein! Muss ich wieder zurück! Oh ne, nerf, nerf, nerf! Naja, und jetzt schau ich es dabei! Diesmal schau ich es einfach ohne runterfallen! So! Und dann muss ich jetzt, ach da ist die Flasche! Flaschenpost! Die ist für mich! Hol' ich mir jetzt die Flasche! So! Ich hab da nicht rausgefunden, wo was die Flaschen sind, aber wir sammeln ja immer ein! Bringt vielleicht Punkte oder sowas in der Art, ne? So! Wo waren wir jetzt stehen geblieben? Wir wollten jetzt da rüber! Das Geheimnis war ja, auf den Pilz zu landen! So! Daneben! Ist schon um! Huh! Ähm, Abfall im Überfluss! Heute endet die verrückten Teile des Gutmachers! Dekadenz! Okay! Na doch! Na doch! Na doch! Na doch! Du bist hier nicht willkommen! Wir haben eine Mission zu erfüllen! Und du bist ein unerträgliches Ärgernis! Manche mögen es Eis! Aber keiner mag es so heiß! Das für ein Flaschen lag! Das kann ich mir doch nicht merken, was du mir gerade gezeigt hast! Mal gucken, wo ich jetzt rüber springe! Ich glaube erstmal hier! So! Und dann! Hey! Bewegt mal die Fläcken! Hallo! Ähm! Badmensch! Das rüber springen geht's hoch! Hier unten! Nein! Ha! Scheiße! Daran habe ich jetzt nicht gedacht! Das habe ich jetzt gar nicht recht! Oder hin und her fließen Lava! Ich bring die Maus um! Ich bring sie um! Sehr blöde Ratte! Ich bring die Maus um! Ich bring die Maus um! Samen! Der tauscht! Der tauscht! Hallo? Äh... Ich gucke hier die Krise. Alter, das rätsel löse ich noch in dieser Folge. Das sage ich euch. Komm, mach hoch. Ich muss das Ding abschieben. Ich wachs jetzt. So, jetzt waren wir hier. Geh hoch, geh hoch, bevor die Lava kommt. Schau mal noch, da kommt sie schon, da kommt sie schon. Ah, du schläfst noch ein bisschen, du schläfst noch ein bisschen, komm. So, wir sind schon fast rüber. Ah, jetzt kommt ja die Lava. Das ist eigentlich schwierig Lava, keine Ahnung. Komm, geh jetzt hoch, hoch, hoch mit dir. Du auch hoch. Das sieht schon mal sehr gut aus. Oh, ich bin nicht so weit. Das glaube ich jetzt nicht. Ich werde es in dieser Folge schaffen. Ist nicht... Ja, nicht. Aber ich schaffe es. Ich schaffe es in dieser Folge. Ich schaffe es in dieser Folge. Ich schaffe es in dieser Folge. Nein. 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 Okay, alles klar. Das werden wir jetzt in der nächsten Folge noch mal weiter versuchen. Vielleicht fehlen wir ja noch einen Monat oder so. Also, wenn euch das gefallen hat, dann liked mir das Video. Wenn nicht, dann schaut euch doch mal meine anderen Videos an, wenn euch Alice Madness for Talks nicht gefällt. Wir sehen uns auf jeden Fall wieder auf YouTube. Macht's gut. Bis dahin. Euer Filikado. Bye, bye.